Hier würde ich sagen, kein Durchgang. Also nehmen wir diesen Weg, hier hoch, dann war das hier entlang, zack, zack, zack. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Dann müssen wir da hoch. Ey, du hast einen Bogen, ne? Ja, ich habe einen Bogen. Ich habe also nur ein paar Pfeile von deinem Ding und kannst ja den nehmen. Wenn ich den überhaupt noch erst mal verwenden kann, weil der halt kaputt ist. Hast du ein bisschen Holz geholt, was? Ja. Ich sollte ja auch jetzt rumgehen. Das ist ja gut, so haben wir jetzt auch. Habe ich ein bisschen Holz geholt. So. Jetzt lass mich hoch. Lass mich mal fressen. Yummi, zack. So, und leg dich pennen. Ja. Kurze, penne. So, musst du nur ein bisschen mit ablegen. Musst du bald in der Küche ablegen. So. Dann geht es hier runter. So, ich brauche das nämlich für Glas gleich. So. Dann brauche ich hier so ein kleines Ding rein für das Portal. Wir brauchen gleich noch ein Feuerzeug, weil das sollten wir ja hinkriegen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie viel das waren. Für Blöcke. Oh, das in einer Länge. Das weiß ich. So, muss das auf jeden Fall in einer Länge. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie viel das musste. Sand, 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 sand. Das müsste, glaube ich, hier rüber. Sand, 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 sand. Ja, das sieht, glaube ich, gut aus. Entweder habt ihr euch schon ne Facepalm gegeben, oder der Spassi singt irgendeine Scheiße, was sich dreckig anhört. Sand, Sand, Sand. Ja, wir gucken nach Sand. Halt die Fresse. Das ist ja allerhand. Halt die Fresse. Ich bin eine Kante. Halt die Fresse. Tu ne Kante, tu ne Kante. Da, 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 da. Der heute wieder einen eingebildeten Vollidioten. Da, 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 ich bin eine Sandkante. Ja, eine Sandkante ist eine Kante vom Sand. Und deswegen heißt die auch Sandkante, hat sich diese Kante überrannt. Diese schlampische Kante. Und da wurden die paar Sekunden jetzt gerade übersprungen. So. Jetzt mach da raus Flint. Geht mal, ich hoffe schneller. Gucken wir mal. Moa, alter. Daraus kann jetzt auch Flint werden. Hast du den Stall schon reingedriffen? Ich hätt gern Flint, wat? Achso, da war noch, okay, schon gut, da war ja nur einer drin, stimmt, schon gut. Oh ja. So, geht doch. Hab ich Eisen, nein. Hier ist Eisen, warte, ich hab hier noch. Zack. Zack, fertig. Feuerzeug. Feuerzeug, perfekt. Das kommt erstmal weg. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Bogen, boge ich erstmal da hin. Bogen, boge ich erstmal da hin. Schaufel so. Und dann geht's ab, das Portal anzinnen. Damit der Bogen kann noch ein bisschen dauern. Portal steht. Portal steht. So, werde ich saubern. Zack. Ich kann kurz gucken. Fertig. Holztappen haben wir nur gehabt, ne? Äh, kann sein. Ja, du hast doch gerade geholfen. Ja, haben wir. So, weil ich brauch nämlich für die zweite Etage, wollte ich Holz machen, da wollte ich da in der zweite Etage unsere Betten hinmachen. Und oberhalb Fenster, äh, guck nicht. So, jetzt haben wir uns ein bisschen mehr Stein, wenn wir hier oben noch was haben. Ja, ein bisschen wurde uns übrig gelassen. So, komm, wir machen das hier. Sind zwar nicht die Guten, aber das interessiert mich nicht. Für ein Nesserportal braucht man keine Guten. Ah, wir können das sogar so machen. Ah, ich darf jetzt auch mal Wert aufnehmen. Sehr schön. Können wir so direkt machen. So, völlig. Dann gucke ich mir erstmal an, wie unser Nesser denn aussieht. Und dann schon viel generiert. Direkt schon mal Nesser Quarz. Lass uns schon mal Quarz holen. So, muss das laufen. Lass mal schön Harzen. Ja, Harz. Ja. Das hat jetzt auch die gleiche Bedeutung. Ich mag Harzen. Tu's ja, Bart. Bist du weiter Harz, ja. Meier, Harz, tu ich nicht. Ich krieg das Geld ja. Doch, ich krieg das von Staat und Doktor. Ne, du kannst auch nicht von Staat, du kannst auch von der Stadt. Ja, und dat kommt wiederum vom Staat und alles zum Scheiß. Mann, das kommt erstmal vom Land. Mama, das kommt vom Land. Dann kommt eventuell vom Bund, aber da das Land auch selbst Einnahmen hat. Und die Stadt auch Einnahmen hat, wobei die Einnahmen sich mehr auf Kredite beziehen. Die Stadt hat keine Einnahmen mehr. Doch, Einnahmen haben die schon, aber die gehen direkt in die Ausgaben. Wir haben Schulden. Und den Rest der Ausgaben werden mit anderen Schulden beglichen. Die Stadt hat ja momentan noch eine Haushaltssperre. Die Ämter können nicht viel ausgeben. Ja, äh, woher das Geld? Ja, ja, deswegen ja. So, also Nessa sieht schon mal recht okay aus. Das gut. So. Ab nach oben. Tür auch mal schließen. Das weiß ich grad gar nicht. Schau nicht hin so, ne? Quarzblock. Machen wir doch einfach schon mal einen Quarzblock. Da da hin. Da dann so hin. Da so hin. Und wenn ich grad auf die Uhr gucke, würde ich sagen, das war's dann für die Session wieder. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht, Mama. Nein, noch nicht. Aber jetzt so lange... Jetzt können wir nicht unterbrechen. Jetzt geht das einmal nicht. Ja, aber jetzt so lange mach ich jetzt auch nicht mehr. Wie lange gehört denn schon auf? Weiß nicht, wir haben jetzt schon ein halb zehn. Ja, machen wir noch eine Viertelstunde, komm. Ah, okay, komm. Für unsere YouTube-Community, die nicht so richtig existiert. Ja. Wir sind hier auch noch ganz, ganz am Anfang. Naja. Doch, die Zeit, die wir jetzt YouTube betreiben, das ist sehr, sehr weit am Anfang. Wenn ich bedenke, was manch andere YouTuber brauchen, dann ist das schon echt krank. So. Kommen wir mal hier weiter. Hi. Hi. 1-0, kurz vor der Halbzeit. Keines Spiel. Mega-Spiel. Ja. Ja. Ja, ist das auch gut ein. Hä? Zeig dir mal aufnimmt, oder was? Ja. Ja, auf tisch. Bis live auf YouTube. Ja, klar. Wenn ich das dann höre, dann werden sich die YouTube-Leute, die da gucken, auch hören. Wieso? Wieso, ihr habt ihr denn noch nicht hochgeladen, oder? Ja. Noch nicht. Ja, dann schneide mich raus. Nein. Was sagt dir das denn? Hä? Nix. Ich hab gesagt, nein. Das wird nicht rausgeschnitten. Dann schneide ich auch nicht. Pech, ne? Wer reinkommt, wenn ich aufnehmen, hat Pech. Das ist ja... Ich frag mich zwar, warum ich jetzt in die Hülle gegangen bin. Wahrscheinlich einfach, um die Zeit tot zu schlagen. Die Arbeit auf den Bildschirm zu bringen. Da kann man mein Ding aufhören. Im Gegensatz zu dir muss ich ja früh raus, ne? Sogar früher, als wenn du arbeiten gehst. Trotzdem bist du meist derjenige, der eher pinnen geht. Ja gut, das ist einfach... Keine Ahnung. Ja gut, ich muss dafür länger als du. Ja. Ne, da hab ich ne längere Bus-Zugfahrt. Ne. Ne, viel, viel längerer. Wie lange fährst du? Stunde 18. Ja, ich fahr halbe Stunde. Dann kommt aber noch Wartezeit dazu, ne? Ja gut, Javier, 303 ist halt nicht zuverlässig oder beim 86er. Ja gut, wenn ich jetzt noch die Verspätung mit einrichten, geht's noch ein bisschen höher. Ich hab jetzt nur so von der Reihen Wartezeit, die du... halt normaler, normal hast. Achso. Wenn mir jetzt mit der Verspätung geht, dann... kann ich's noch mal ein bisschen höher setzen. Das ist klar. Ah, einfach mal hier rumlatschen, ne? Das ist ja noch mal schön, ne? Wenn du richtig schon früh morgens da losfährst, ey, dann kämpfst du echt nicht in der Bahn einzupinnen. Warum? Ist das so schlimm? Alter, wenn du nur Stunde acht Bahn fährst. Mann, das ist scheiße langweilig. Nein, das ist Hobby. Das kann man auch als Hobby nehmen. Ja gut, klar. Man kann das auch als Hobby nehmen. Ich will ja kein Ansprechender. Ja, schuhe. Ja, ich wusste mal, das ist immer so. Ja, klar, hab's gemerkt. Na, sieben ist böser. Wenn ich finde, bis jetzt, lass mal. Äh, das ist weg. Echt jetzt? Sag es so, noch, ja. Aber ich sehe, wie es werden soll und dann, nein. Du weißt ja, wie der, du weißt ja zirka, wie der bei mir werden soll. Nur halt hier unten, hier unten muss ja ein bisschen noch, dann würde ich sagen, hier so zur Abtrennung würde ich, das mache ich jetzt einfach, weil ich das will. Mache ich das jetzt einfach mal. Weil ich denke mal, die Holzplatte, die bleibt so in der Größe, ne? Ja. Gut, dann kann ich's mit mich machen. Dann habe ich auch mal was Nützliches. Jetzt haben wir in den letzten paar Minütchen gemacht. Mir fehlt jetzt noch drei Glas. Drei Glas. Warte, hast du im Ofen? Ja, ich hab sechs Glas. Gut. Du musst jetzt nicht extra hier rein. Ja. Komm, wenn ich jetzt gleich pennen, dann würde ich sagen, was das für die Station. Können wir morgen wieder aufnehmen. Leider, um, Karten. Ja. Leider muss ich jetzt zur Dreckschule, ey. Hoffentlich, da gar keinen Bock drauf hab, weil morgen wird so der richtig unnötigste Tag. Richtig unnötig wird das morgen. Warum? Weil der eigentliche Praxisunterricht, wie Theorieunterricht, das ist dann das, was wir letztes Jahr in Chemie gemacht haben, machen wir dieses Jahr. Weil, weißt du, was wir heute in organische Chemie gemacht haben? Ja. Die Alkane benennen. Uh, nicht zu schwer. Ja. Und der hat das noch viel ausführlicher als Romweißen erklärt. Ach so. Also, wir haben da, also eine Stunde ist da 90 Minuten, also eine Stunde ist da zwei Stunden. Warte, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier stehen, bleib einfach nur hier stehen. Ich hol die Bett. Und, die ganzen 90 Minuten hat er die ganze Zeit erklärt, wie das geht. Ah, ja. Und das dann nicht so, wie bei uns, so, ja, mit 24, 25 Atomen, nee, das ist zu viel. So mit 4, 5, 6 Atomen. Ach so. Gut, 4 jetzt nicht, aber 5, 6 Atomen. Weil 4 ist ein bisschen zu wenig. Also, wir haben so Pentam, Butan. Und dann halt davor so Methyl, Ethyl. Ach so. Also, das Schwierigste war Ethyl. Oh, oh, ach so. Also, die Ethyl, das war das Schwierigste, was wir dann hatten. Ich bin richtig eingeschlafen, ey. Von der Kranke ist davor, hast du dann auch noch Mathe. Oh, oh Gott. Und das Schlimmste da an der Schule ist, du hast Ah, warte. Die ersten beiden, 15 Minuten Pause. Die nächsten beiden, 25 Minuten Pause. Danach die beiden Pause, wieder 25 Minuten Pause. Juhu, Pause, Pause, Pause. Du bist mir in der Pause beschäftigt, als in der Schule, ey. Ja, die denken sonst eher, das ist schlimm. Ihr seid zu überanstrengend. Überanstrengend. Welcher Seite willst du pennen? Das ist mir scheiße, ey, gar nicht. Jetzt ist er weiter da. Gut. Das ist ey krank, ey. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Tokum. Und schaltet auch schon, wenn es wieder einmal ist. Und jetzt play Minecraft mit. Denn da ist der Patrick und wir haben euch lieb. Oh, tschüss.